Musik 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 Also erstmal herzlichen Glückwunsch in Geburtstag. Warte schön. Wirst du ruhig. Und dann hab ich gehört, hier soll heute eine Miedermondschau sein. Bin ich da richtig? Die dazu sind schon ausgezogen worden. Ich sag ne, aber eine Miedermondschau. Das haben wir noch nicht gesehen heute. Alles Gute zu deinem, wieviel Geburtstag? 16. So groß schon. Und da du hier sehr großes Interesse gezeigt hast an der Mandoline oder Mandola oder Mandriola, stelle ich dir diese Mandoline erstmal zur Verfügung. Und Mutter hat ja gesagt, sie bringt dir nochmal eine Mandolinschule mit, von Domberstein. Und wenn du dann noch irgendwelche Radpflege haben möchtest von mir, wie gegriffen wird und so weiter und so fort. Und ich bin fest überzeugt, dass du das auch lernen wirst. Also du zeigst Interesse dafür. Du hast ja beim Trommeln gezeigt, dass du die Takte schön planen kannst. Und dann musst du auch damit so richtig haben. Mit dem und anderen mit Harmonika spielst du ja auch schon ein bisschen. Dann kann man ja auch mal eine C-Dur. Du spielst ja schon ein bisschen mit Harmonika. Dann spiel ich mal eben eine C-Dur und dann sollen wir wählen. Danke, Herr Spiekermann. Also da freue ich mal ja alle richtig. Haben doch alle dicht gehalten? Jetzt sollte ich ja nicht überholen. Ja, 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 ja. Alle dicht gehalten, ja. Das ist gut. Herr Spiekermann, sollen sie ein Bier trinken oder sowas? Ja, das ist sozusagen der Antrieb für die Musiker. Also ohne Bier sind wir schlecht. Also ich bedanke mich erstmal ganz recht herzlich. Also die ist erst mal gestimmt. Ich kann ja auch sagen, dass das hier auch spielt, ja. Das ist natürlich, da liegt hier abzeltige Mandoline. Das ist eben eine Mandola, nicht? Das sind eben so eine Oktavsage. Also der Bass von der Mandoline, sage ich glaube. Ich gucke mal ein Windrückbleckchen. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen. Danke, Herr Spiekermann. Aber dann habe ich, auch selten, habe ich auf lange Linke gespielt. Ich bin jetzt gewählt, auf größere Distanz zu greifen. Und da bin ich jetzt ein bisschen zu klein geworden schon. Ich bin jetzt im Moment nicht so richtig klar damit. Das ist eigentlich eine Töbersgeige mitgebracht. Ja. Das wird nur zusammengebrutscht. Die Sitz, was wär wie blau, kann der in der Leim? Einmal muss es vorbei weinen, einmal holt uns die See und das Herd mit einem Mund vorrehen. Die Lauf ist als Leer, die groß an der Lüge sein. Die Schall, wovon was vorbei weinen, die Welt hinein. Die Mann gibt auch den Zerlauch als du selbst tritt. Hell und die Nacht, das läuft nicht mehr, als allein da bleib ich stehen. Wer steht da draußen und kropft an, dass ich die ganze Nacht nicht laufen kann? Ich geh nicht auf, lass dich nicht ein, weil meine Eltern noch nicht schlafen breit. Ich geh nicht auf, lass dich nicht ein, weil meine Eltern noch nicht schlafen breit. Ich geh nicht auf, lass dich nicht auf. Schatz, dein Schatz, wann wirst du wieder bei dir sein? Hühnerwein, wer soll das sein? Schatz, dein Schatz, wann wirst du wieder bei dir sein? Auf den Baum hättest du ein Hühnerlein. Sind die Leine, nachtigall, nachtigall, du süßer Teil. Das junge Mädchen gibt es hier und überall, nachtigall, du süßer Teil. Das junge Mädchen gibt es hier und überall, nachtigall, du süßer Teil. Das junge Mädchen gibt es hier und überall, nachtigall, du süßer Teil. Das junge Mädchen gibt es hier und überall, nachtigall, du süßer Teil. Das junge Mädchen gibt es hier und überall, nachtigall, du süßer Teil. Das junge Mädchen gibt es hier und überall, nachtigall, du süßer Teil. Das junge Mädchen gibt es hier und überall, nachtigall, du süßer Teil. Das junge Mädchen gibt es hier, nachtigall, du süßer Teil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017